Bisher habe ich einen Plan und ziehe dich dorthin und dann, genau, und dann ziehe ich dich dort raus und schiebe dich an die Wand da. Hap, schieben, 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 erfolgreich. Da, 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 super Rätselmodus. Okay, für den habe ich auch schon erste Ideen. Dann rein mit dir, da, ups, verkehrt, packen und rein da. So, Nummer 1, dann ziehe ich den einfach ein Stück vor und dann ziehe ich den in die Mitte des Raumes und schwupps ist da Platz. So, muss ich einfach nur noch drüber. Haha, sehr schön, springen, FTW. Okay, okay, da hat sich in mir in die Wand reingeklitscht. Ja, reingeklitscht kann man nicht sagen, das war reingeklitscht. Eieiei. Komm. Stirb doch. Wo bist du? Hap. Okay. Und. Bombs. Boom. Stirb doch mal. Äh. Äh. Eieiei. Wörter, lalala. Hörst du auf. Da war noch ein Gegner, lieber. Liebes Freundchen. Hap. 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 Da war letztes Mal ein Schwert. Gibt es ein Dolch. Nirvana hieß er, glaube ich. Hap. 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 Okay. What the? Komm doch. Her. Du. Sack. Äh. Gesicht. Ui, ich habe, glaube ich, eine Zeitwurstung ziemlich kaputt gemacht. Bums. Weg mit dir. Schaft. Okay, da ging es nicht weiter. Da kann ich nur runterspringen. Ja, da war eben hier. Gott, der erschreckt mich jedes Mal so. Okay, hier die Tür. Auf damit. So, wirkt er, so. Was ist denn mit euch hier? So, Bombs. Bombs. Hap. Was ist denn die? Still. Und bewegt dich nicht. Da kommt noch was. Ne. Schade. Ich dachte, da kommt noch einer. Aber. Da, la, 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 la. Die machen das schon. Höhöh. Okay. Ich sehe Schatten durch die Wand krapschen. Hap. Hap. Das sieht witzig aus. Aber gut. Einmal. Dann. Zwei. Und dann einfach vorschieben. Genau. Ein Stückchen. Gump. Hap. 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 Fast ein Stückchen zu weit. Aber egal. Hap. Ich gehe. Ich will dazwischen rein. Blomp. So. Schieb. 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 Blomp. Sehr schön. Rein wird uns. Ähm. Medizinische Kräuter. Wie schiebe ich den am besten? Ich würde sagen. So. Genau. Und dann einfach den an die Seite wieder. Diese Schieberätselkratzen sind nicht so schwer. Man muss bloß grob sich einen Plan machen. Hap. 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 Reicht das schon? Schade. Okay. Hap. Komm. Schieb an die Wand. Danke. Mehr will ich nicht. Rein da. Was so? Klang seltsam. Ich gehe einfach mal weiter. Lala. Wow. Okay. Epa. Ui. Das sind die beiden. Haha. Hier kommt. Wie. Gerufen. Ihr zwei. Bums. Und. Oh. Wir sind voller Blut schon. Oh je. Komm. Weg mit euch. Viel zu viele Gegner. Oh je. Komm. Du bist doch auch tot. Gestorben. Wunderschön. Jetzt hier. Oh. Oh. Freunde. Oh. Oh. Erste Treffer kassiert jetzt hier. Kompletten Dungeon. Die erste. Oh je. Oh je. Komm. Stirb. Ich nehme direkt mal eine. Hups. Mission. Ähm. Regeneration. Kraut. Sehr gut. Sterb. Du auch. Was hast du denn da? Äh. Vorher. Verbogener Wingen. Verbogener. Jetzt. Rutsch doch hin. Und töte ihn. Eine Wundzeit. Brauchen wir nicht. Und die Tür ist zu. Das war. Logisch. Sehr schön. Darf ich jetzt den kompletten Weg zurückgehen und außen? Nee. Das kann nicht sein. Die Tür hat vielleicht was. Bäh. Dann verdrehe ich so einen Kopf in mir. Okay. Die Tür hat bestimmt was auf sich. Ich sehe, dass ich einfach öffne. Ich bin zu oben. Egal. Wow. Warte. Okay. Stirb doch. Wow. Eie. Komm. La la la. Mehr. Mana. Chris alle. Ui. Dam. 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 Du wirst ziemlich tobt, mein Freund. Du hast mich noch einmal getroffen. Haha. Das Kraut. Bums. Uns geht's wieder gut. So, bevor ich hier weiter durchgehe. Will ich gucken, ob ich hier oben nicht noch was finde. Nein. Das hat's mir gerade eben bestätigt. Herzlichen Dank. Und ein medizinisches Kraut. Sehr schön. Dann bewege ich mich mal weiter. Richtung Ausgang. Heppa. Noch mehr Kistenschiebe-Dingsi-Rätsel. Die sind nicht so wirklich schwer, sondern einfach zeitraubend. Ich will hier durch. Hätten sie auch eine Horde Gegner. Kistenschiebe-Rätsel. Okay. Kistenschiebe-Rätsel ist sauschwer. Ich drücke B und schiebe auseinander. Nochmal ganz einfach. Hepp. Ich mach das ganz fein säuberlich bei denen. An die Wand. Der da. An die Wand. Dann nehmen wir den da raus. Und. Schieben ihn dann. Laufen erstmal da rein und schieben ihn an die Wand. Blomp. Dann nehmen wir den nächsten hier raus. Dab, 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 dab. Und schieben ihn an diese Wand. Und dann schiebe ich den einfach nach links rein. Und dann müsste ich das haben. Blomp. Wunderschön gelöst. Was ist denn das? Kisten. Ganz viele Kisten. Ich hab ein ungutes Gefühl. Da kommt gleich ein Schatten irgendwo raus. Vizinisches Kraut. Okay. Kann ich die zerstören? Ich weiß es nicht. Dass der Raum sieht. Ich kann auch keine Sicht hier drehen. Der Raum ist tot. Okay. Was zur... So hab ich die nicht geschoben. Egal. La, la, la. Ich war niemals hier. Ich war niemals hier. Okay. Darum vielleicht? Öffnen. Oh ja, das sieht sehr richtig aus. Okay, dann zu rum. Wahrscheinlich war es nur noch, um ein Kraut zu erhalten oder so. Vielleicht ist auch random ein Item drin und ich habe nur das Schlechteste bekommen. Wer weiß. Auffälligkeiten. Zahlreiche. Schädig. Oh, ich kann das nicht so schnell lesen. Ihr könnt... Ihr habt es im Video gut. Ihr könnt auf Pause drücken und das lesen. Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich bin sorry, richtig? Sorry für was? Ich werde mit den Villagern sprechen. Ich muss sie, dass du in. Oh, es ist kein Problem. Right, Kaine? Ich bin dran. Ich muss es nicht sein. Es ist schrecklich. Und es muss sich verändern. Ich wünsche euch alle, die gleiche fühlen. es ist alles gut, wirklich. Ich mag mit Kainé campen. Es ist ein bisschen Spaß, in einem weirigen Weg. Manchmal sitzen wir rund der Feuer und erzählen Geschichten oder Röster. Emil, das ist genug. Ich habe ein fucking Image zu maintain. Hier war es doch irgendwie. Es war auf jeden Fall nicht mehr so weit. Ich glaube, da sind wir. Genau. Warst du? Seid ihr Topfhelden oder wart? Oh Gott. Mini Viecher mit Superhelmrüstung. Damit habe ich... Also ich habe schon viel hier in ihr gesehen. Aber Mini Viecher mit Superhelmen, das ist auch mir neu. Boah, lass mich doch das nicht. Lass mich den erschlagen. Der Speer ist ein bisschen unhandlich teilweise, aber er ist nicht schwach. Und der ist schnell. Wieso ist das nicht der richtige Augenblick, um Briefe zu schreiben? Oh, darum. Du hast dich festgefahren, kleiner gepanzerter Freund. Und... Aber... Was gehen wir hier? Den Zweihänder Bestienlord erhalten. Den will ich mal angucken. Und zwar immer erstmal so. Bestienlord. 329. Auch nicht das Beste. Aber die Details. Uh, der ist aber schön. Sehr schön. Ein bestialisches Schwert, dessen scharfe Klinge breit ist, alle Zweifler des Trägers niederzumähen. Geil. Okay. Ähm. Wir machen noch die Kisten auf. Medizinisches Kraut. Dann speichern. Und dann gehen wir. Das Speichergerät wird überprüft. Die speichert jetzt da unten. Bla. Ja. Sehr schön. Okay. Nur eine halbe Stunde bisher? Geht eigentlich. Gehen wir rein. Auch wenn wir den Raum noch gut in Erinnerung haben sollten. Theoretisch. Ich bin gespannt. Und ruhig. Und ruhig. Hallöchen alter Freund. Wir zwei hübschen. Kennen uns doch. Komm. Ah. Stammtadam. Okay. Invis. Da, la, 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 la. Okay. Bombs. Bombs. Eiei. 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 Okay, das sind Schatten. Die können im Licht nicht leben. Oh, fress meine Magie. Kommt her, ihr Missviecher. Ihr werdet sterben. Bei der Macht von Greyskull. Das ist ein guter, ein sehr guter Moment. Danke. Du standest da schlecht, mein böser Freund. Was mache ich jetzt? Zauber. Super geblockt, der hat. Super hochwerfen. Super unterschlagen. Cool. Du hast den Geist. Superrimiker. Superむ, Super た Chapter 3 Super 체적 deur của